Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Es gibt viel zu besprechen nach unserer gestrigen Aussatzpleite bei Fortuna Düsseldorf. Ich selber war ja gestern auch vor Ort, es gab ja auch für euch einen Stadionblock auf die de Football und noch immer. Bin ich sprachlos schockiert, verwundert über all das, was da gestern passiert ist. Ich habe heute mal für euch alle geballten News mitgebracht, zusammengefasst, denn es gibt wirklich sehr viel zu besprechen. Wir reden natürlich grundsätzlich über das Spiel, über die sehr klaren Aussagen von Ralf Fährmann, sowie auch von André Hechelmann, der davon gesprochen hat, dass er sich schämt. Ansonsten ist natürlich das Thema Thomas Auwejan da, wird er möglicherweise heute suspendiert. Es gab Diskussionen darüber, warum ein Simon Tirodde nicht eingewechselt worden wurde. Und natürlich ist dort noch das große Thema Support und Unterstützung. Auch da gibt es Updates bezüglich nächster Woche gegen Osnabrück. Alles und mehr haben wir somit hier und heute bei den aktuellen S04 News. Schaut gerne auch auf Schalke Inside Clips vorbei. Auch da gibt es hier gerade nämlich parallel ein Video von mir zum gestrigen Spiel, wo ich nochmal alles vom Gedankengang, von meinen Gefühlen heraus lasse und mal mit euch gemeinsam eben auch diese Seite beleuchte als S04 Fan. Und hier blicken wir jetzt mal auf die aktuellen News des Tages. Und natürlich legen wir los grundsätzlich erstmal ganz kurz mit dem Blick zurück auf das gestrige Spiel. Es war zu erwarten, dass wir gegen Fortuna Düsseldorf Probleme haben werden, dass dort eine individuell deutlich stärkere Mannschaft auf uns zukommt, die vor allem offensiv richtig was drauf hat. Und trotzdem darf vor allem nicht das passieren, was im ersten Durchgang passiert ist. Wir haben 0 zu 3 zurückgelegen, das auch vollkommen verdient. Es wurde in der ersten Halbzeit schon dreifach gewechselt. In der zweiten Halbzeit gab es nun unter anderem die Umstellung auf Viererkette. Wir haben das Anschlusstor erzielt, dann wieder ein Gegentor geschluckt, dann zwei Tore erzielt, wodurch sogar nochmal knapp wurde, wo man dann schon kurz gedacht hat, vielleicht gibt es sogar doch noch ein Unentschieden. Und am Strich 3 zu 5 verloren, vollkommen verdient. Und wer da meiner Meinung nach jetzt irgendwie sagt, ja gut, auf diese 20, 25 Minuten der zweiten Hälfte kann man aufbauen, der ist für mich auf jeden Fall ganz klar falsch unterwegs. Ähnlich sieht die ganze Geschichte auch Ralf Fährmann, der hat sich gestern bei Sky sehr deutlich geäußert. Das war ein Tiefschlag, einfach schlecht von uns. Denn Fährmann war bei Sky im Interview und hat auch nochmal klargemacht, dass es nur darum geht, nun die dritte Liga zu verhindern. Wer was anderes sagt, der verschließt die Augen. Wir müssen ehrlich zu uns selbst sein. Wir spielen so, wie wir in der Tabelle darstellen. Die ganzen Floskeln, die kotzen mich selbst an, den Hebel finden oder das richtige Rezept. Das ist alles Bullshit. Wir müssen einfach unseren Mann stehen und dürfen nicht so spielen, wie in der ersten Halbzeit. Und genau da hatten wir auch die großen Probleme. Und für Fährmann war eben auch klar, wenn man so startet, wenn man so spielt, dann hat man es auch einfach nicht verdient, irgendwie zu gewinnen oder noch was mitzunehmen, egal wie knapp es auch am Ende war. Dann gab es natürlich auch nochmal das Thema Fans, wo wir gleich auch nochmal näher drauf zu sprechen kommen. Ralf Fährmann hat auf jeden Fall dafür Verständnis gezeigt, volles Verständnis gezeigt. Auch er als Fan hätte wahrscheinlich ähnlich reagiert. Und Fährmann war wirklich gestern gegenüber von Sky stinksauer. Also er hat ganz klar nochmal gesagt, es muss jeder verstehen, dass wir im Abstiegskampf sind. Wer das nicht versteht, der ist einfach falsch. Und trotzdem bin ich da mal gespannt, was davon hängen bleibt. Denn ich bin doch durchaus bei Ralf Fährmann. Diese Floskeln, die kotzen mich auch selber an, wenn immer und immer wieder davon gesprochen wird, ja jetzt das und das Rezept muss man finden. Und die und die Herangehensweise ist vielleicht die richtige. Und trotzdem ist es halt dann vielleicht die Frage, ob man wirklich nur seinen Mann stehen muss, um es dann wieder funktionieren zu lassen. Klar, im Abstiegskampf ist das vor allem auch dann das, was du sicherlich brauchst. Aber auch generell, was unsere Mannschaft dort gestern wieder einmal enttäuschenderweise gezeigt hat, das geht einfach nicht. Also die Gegentore, wie sie gefallen sind, auf welche Art und Weise, wie dort vor allem auch unsere Abwehrspieler, aber natürlich auch andere Leute bei uns in der Mannschaft agiert haben, das kann nicht funktionieren. Marcin Kaminski, der war auch nachher im Interview bei Sky, der hatte keinen Erklärungsansatz dafür, was da passiert ist. Er hat nachher nur nochmal gesagt, bedingt durch, wir haben ja jetzt die schlechteste Defensive der Liga, ich fühle mich natürlich schlecht damit, weil ich habe diese Verantwortung hinten, das alles im Griff zu halten und heute wieder fünf Tore, das kann nicht sein. Und auch Marcin Kaminski, so sehr ich ihn auch durchaus als Typen mag und die Aufstiegssaison mit ihm besser beurteilen als vielleicht andere, ist er einer, der ein Riesenproblem ist rein fußballerisch. Also was Kaminski auch gestern bei diesen drei Gegentoren gemacht hat, unabhängig davon, dass er noch ein Tor für uns erzielt hat, das ist mir dann scheißegal. Er ist vor allem in erster Linie Abwehrspieler, dass das geht einfach nicht. Und das ist nichts, das hat nichts mit Qualität zu tun in der Innenverteidigung oder sonst was. Das kann einfach nicht sein. Und deswegen gab es hier deutliche Worte von unseren Spielern. Wie viel das dann bringt, ist sicherlich hier nochmal eine andere Frage. Denn deutliche Worte gab es ja auch in den vergangenen Wochen immer mal wieder, unter anderem ja auch mittlerweile von unserem Sportdirektor André Hechelmann, der ja schon nach den Pleiten gegen Paderborn, Karlsruhe oder auch Elversbeck sich geäußert hat. Und auch gestern musste da was raus. Bei Hechelmann und die Watz hat ihn dahingehend vor allem zitiert, dass Hechelmann in der Pause nicht mehr ruhig bleiben konnte. Es war ein Punkt, der reicht. Da ging es nicht anders. Das hat sich während der ersten Halbzeit aufgebaut. Es ist mein Job auf der Tribüne, Haltung zu bewahren, nicht rumzuschreien, aber die richtigen Worte in der Halbzeit zu finden, das war mir ein Bedürfnis. Denn bei Hechelmann ist es durchaus normal, dass er während der Halbzeitpause auch in die Kabine geht. Er überlässt aber dann dem Cheftrenner die Ansprache. Und gestern war aber eben das durchaus anders. Und Hechelmann hat das auch nochmal erklärt. Ich habe mich geschämt. Das war ein Spiegelbild von Elversberg. Wir haben dieses Spiel zwei Wochen lang aufgearbeitet. Wir sind in den beiden Testspielen in der Länderspielpause auch besser gemacht. Aber das bringt ja nichts. Du musst abliefern, wenn es um Punkte geht. Da gibt es keine Ausrede. Es geht um Haltung, um die eigene Ehre. Es tut mir im Herzen weh für alle, die hier angereist sind. Und für Hechelmann ist aber auch klar, es muss weitergehen. Und es ist halt jetzt Abstiegskampf angesagt. Bringt dir auch nichts, Versteiner da zu stehen. Ich muss ja vorangehen. Ich muss auf dem Grund gehen. Abstiegskampf. Punkt. Ganz klar. Das ist Abstiegskampf. Da musst du bereit sein. Kämpfen. Das ist das, was in den nächsten drei Wochen für uns ganz oben steht. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob Hechelmann noch diese Einstellung sozusagen auch in die Mannschaft hineinbekommt. Die Watz hat auf jeden Fall nochmal gemeldet. Unser Sportdirektor war gestern noch in der Mixed Zone so klar wie noch nie. Auch so deutlich wie noch nie. Und hat eben auch, wie gesagt, in der Pause durchaus deutliche Worte gefunden. Deutliche Worte wird es sicherlich auch heute am Sonntag nochmal für Thomas Owie angeben. Denn da ist ja gestern dann doch schon ein bisschen sehr viel vorgefallen. Wir lagen ja 0-3 zurück gegen Düsseldorf. Es waren ungefähr 33 Minuten rum und es gab einen Dreifachwechsel bei uns. Drechsler musste verletzungsbedingt raus. Tempelmann leistungsbedingt. Und auch Thomas Owiean musste leistungsbedingt raus. Und der war ja davon mal so gar nicht amüsiert, logischerweise. Und hat dann Sachen gesagt oder vielleicht eher auch Gesten gezeigt, die wir jetzt gesehen haben als Fans, die so sicherlich nicht gehen. Er hat erst Karel Gerrards den Handschlag verweigert, wollte dann in die Kabine gehen, wurde zurückbeordert, hat dann auch Gerald Asamor so ein bisschen weggeschubst. Ist dann doch in die Kabine gestapft und von Sebastian Polter plus auch unserem Teammanager nochmal verfolgt worden. Und das waren natürlich Szenen, die auch in einer gewissen Art und Weise ein Sinnbild von dieser aktuellen Situation waren. Und einer, der natürlich davon überhaupt nicht begeistert war, war logischerweise Karel Gerrards. Es ist doch klar, ich verstehe, dass ein Spieler unglücklich ist, wenn er vom Trainer noch in der ersten Halbzeit ausgewechselt wird. Ich bin nicht der erste Trainer, der so entscheidet und werde nicht der letzte sein. Mit den Leistungen der drei Spieler war ich nicht einverstanden. Man muss immer Respekt zeigen für das Team, für den Klub, für den Coach, für alle. Lassen Sie mich eine Nacht darüber schlafen, aber ich akzeptiere ein solches Verhalten nicht. Das Team steht über allem, es geht nicht um Individuen. Und meiner Meinung nach hat Karel Gerrards hier auch durchaus recht damit. Klar, man hätte gestern jeden, wirklich jeden einzelnen Halbzeit schon auswechseln können. Auwejan, Tempelmann, Drexler waren eben dann die, die es getroffen hat. Sicherlich auch mit die komplett Schwächsten, wobei auch zwei, drei andere hätte man dann in dem Sinne auch auswechseln können. Aber vor allen Dingen, Auwejan war ja null im Spiel, hat gefühlt gar nicht daran teilgenommen. Und dann eine solche Reaktion zu zeigen, weiß ich nicht. Also für mich war es sogar in einer gewissen Art und Weise positiv, endlich mal irgendwie eine Emotion zu sehen. Weil das habe ich vorher auf dem Platz von niemandem gesehen, dass da mal vielleicht auch einer einfach mal schreit oder irgendwie auf den Boden haut. Oder irgendwie solche Kleinigkeiten, die waren für mich gestern einfach schon nicht mit dabei, wo ich mir gedacht habe, da muss doch mal irgendwas Emotionales aus dieser Mannschaft rauskommen. Aber trotzdem geht das natürlich nicht. Auwejan war unglaublich schlecht gestern, mal wieder. Und ähnlich wie zum Beispiel, was ich gerade zu Kominski gesagt habe, da habe ich ja gesagt, klar hat er ein Tor erzielt, aber als Abwehrspieler muss er vor allem auch einfach hintendrin Leistung bringen. Und ähnlich ist das für mich auch bei Auwejan. Ja, er kann gute Standards bringen, das ist ein durchaus wichtiges Mittel. Wenn ich aber einen Schienenspieler oder auch Außenverteidiger habe, der defensiv so riesen Probleme hat, dann gleicht sich das nicht mit guten Standards aus. Und deswegen bin ich auch mal sehr gespannt, was dort heute passieren wird. Denn verschiedene Medien berichten auch darüber, dass hier eine Suspendierung auf jeden Fall gut möglich ist. Entweder eine Geldstrafe oder vielleicht ähnlich wie bei Baumgartel damals nach dem St. Pauli-Ding, eine Woche zweite Mannschaft. Auch das ist hier sicherlich nicht auszuschließen. Mal gucken, was da heute noch so passieren wird. Passiert ist ja gestern dann auch etwas bei uns im Gästeblock. Ihr wisst ja, ich war selber gestern in Düsseldorf vor Ort, saß aber in der Nähe von Schalkes Trainerbank, sprich konnte auch die Auwejan-Szene ganz gut beobachten, war nicht beim Gästeblock oder im Gästeblock. Und dieser hat sich ja dann doch schon sehr frühzeitig gelehrt. Es war ja so, dass die Fans mal wieder den Support eingestellt hatten. Das war ja nicht zum ersten Mal eine Maßnahme, um vielleicht die Mannschaft aufzuwecken. Man hat aber zum ersten Mal aus Schalker Sicht die komplette Kurve verloren. Denn in der Halbzeit wurden ja die Banner eingerollt, die Fahnen wurden weggetragen. Denn es sind wohl reichlich Ultras rausgegangen aus dem Stadion. Und das haben ja mittlerweile auch viele Medien berichtet, hat da sicherlich auch jeder von euch gesehen. Und das ist zum ersten Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte von Schalke passiert, laut Sky. Was ich dann schon wirklich durchaus interessant fand. Also die Fans sind in der Halbzeit abgehauen, sind in der Halbzeit gegangen und haben natürlich diese spektakuläre Fast-Aufholjagd nicht mehr gesehen. Aber natürlich war auch das eine Reaktion, wie er auch Ralf Fährmann gesagt hat, die man auf jeden Fall verstehen kann. Und laut Sky wird nun wohl sogar intern darüber diskutiert. Das hat Dirkus Schlamann gesagt. Noch einmal, es ist eine reine Spekulation, dass vielleicht nächste Woche gegen Osnabrück gar keine Unterstützung erst mal da ist. Also auch das wäre zum ersten Mal überhaupt bei Schalke der Fall. Und auch darüber wird wohl aktuell intern diskutiert. Und daran sieht man auch nochmal, Schalke bricht auseinander. Und es ist eine unglaublich brenzlige Situation. Ich hatte schon nach dem Elfersbergspiel das Gefühl und auch davor das Gefühl, das habe ich auch hier mehrere Male gesagt, dass weiterhin meiner Meinung nach viel zu wenig darauf eingegangen wird, dass wir im Abstiegskampf sind. Und dass es nur darum geht, jetzt irgendwie in der Liga zu bleiben und irgendwie da unten rauszukommen. Viele haben ja das Gefühl gehabt, ja komm, jetzt haben wir Nürnberg und Hannover besiegt, jetzt geht es wieder bergauf. Wäre schön gewesen, wenn es so wäre. Aber allein gestern in dieser ersten Halbzeit haben wir wieder mal nur gesehen, wie schlecht diese Mannschaft zusammengestellt ist. Dass es womöglich auch charakterlich einfach nicht passt und dass es so nicht weitergehen kann. Meiner Meinung nach muss da wirklich mal etwas passieren. Und dann ist natürlich auch klar, auch ein Karel Gerrertz rückt natürlich nun immer mehr in die Kritik. Oder besser gesagt, auch an ihm gibt es logischerweise nun durchaus Kritik. Und da wurde ja vor allem gestern die Frage gestellt, warum wurde eigentlich Simon Tirodde nicht eingewechselt? Im Sturmzentrum begannen ja erneut Kenan Karaman und Brian Lassem. Es wurde ja dann als erstes Keke Top eingewechselt und kurz vor Schluss noch Sebastian Polter. Und einer, der war da auf jeden Fall richtig verwundert und das war Peter Neurora. Ihr könnt jetzt von ihm halten, was ihr wollt. Aber ich fand seine Aussage dazu auf jeden Fall interessant. Warum kommt Tirodde denn nicht? Das wäre doch ein Zeichen. Fortuna wackelt. Jemand auf der Bank muss dem Trainer noch helfen. Der Kapitän drängt darauf reinzukommen. Denn Neurora war gestern bei Sport1 Co-Kommentator und hat diese Aussage während dem Spiel getroffen. Und auch nach dem Spiel war er damit nicht so wirklich zufrieden. Aber er war sogar relativ optimistisch, was unsere Spiele angingen. Die Mannschaft lebt und sie wird die Klasse halten. Nach dem 1 zu 4 noch einmal so zurückzukommen ist ein gutes Zeichen. Man dachte aber zwischendurch, jetzt kommt Tirodde und schreibt Geschichte. Aber er kam nicht. Er wurde nicht eingewechselt. Für Simon Tirodde ist das eine schallende Ohrfeige. Einen Spieler so abzustrafen, ist schon mehr als brutal. Und ich glaube auf jeden Fall auch, dass auch das durchaus noch mal ein bisschen Stress geben könnte. Denn Tirodde ist Kapitän unserer Mannschaft. Und ja, man kann sicherlich durchaus verstehen, dass er aktuell nicht in der Startelf stand. Aber auch ich sehe es durchaus wie Neurora. Beim Stand spätestens von 3 zu 4 hättest du Tirodde einwechseln müssen. Meiner Meinung nach. Und es ist dann eben auch ein deutliches Signal, wenn ein Kapitän der Mannschaft dann nicht eingewechselt wird. Ansonsten, und auch das sorgt noch mal für Kritik an Karel Gerrads und die für mich auch vollkommen berechtigt. Ja, war es so, dass die Watz heute und morgen noch mal berichtet hat, dass unsere Spieler heute einen freien Tag haben. Also heute passiert auf dem Trainingsgelände rein gar nichts. Es gibt kein Auslaufen. Es gibt kein Rundendrehen. Es gibt kein Training. Es gibt kein Straftraining oder sonstiges. Unsere Spieler haben heute frei. Und ja, Karel Gerrads hat das ja teilweise auch schon die Wochen zuvor nach Pleitner mit begründet. Kopf frei bekommen, Zeit mit der Familie verbringen. Auch das ist wichtig. Und da bin ich auch bei ihm. Aber irgendwann mal musst du halt auch mal drastische Maßnahmen treffen. Entweder in der Aufstellung, dass du wirklich mal 5, 6 Leute rausschmeißt, die einfach keine Leistung bringen. Da wäre beispielsweise Henning Matriciani, den ich als Typen liebe, der sich immer reinschmeißt, der aber einfach als rechter Schienenspieler auf einer falschen Position spielt. Ein Marcin Kaminski hat gestern wieder 0 Leistung gebracht in der Defensive. Ja, Lassem hat ein Tor vorbereitet, auch ein Tor erzielt. Ich fand ihn trotzdem extrem schwach. Ein Mittelfeld war überhaupt nicht vorhanden. Tempelmann, Schallenberg, unglaublich schlecht. Und dann musst du meiner Meinung nach auch mal als Karel Gerrads deinen Worten Taten folgen lassen. Also nur mit diesen Worten zu kommen, Siegermentalität reinbekommen. Die Mannschaft soll daran glauben. Er hat ja auch gestern nach dem Spiel gesagt, die zweite Halbzeit, die fand er wirklich gut. Und genau so musst du weitermachen. Das reicht mir persönlich als Fan einfach nicht mehr. Das sind für mich Aussagen, die die letzten Wochen durchaus in Ordnung gingen. Aber irgendwann muss dann eben auch mal mehr kommen, muss dann auch mal mehr entschieden werden. Denn noch einmal, wir sind im Abstiegskampf der zweiten Bundesliga. Wir haben großes Glück, dass Braunschweig und Osnabrück noch schlechter sind. Ansonsten wären wir ganz, ganz unten drin. Also irgendwas muss auf Schalke passieren. Aber anscheinend geht es jetzt auch die nächsten Tage erstmal genau so weiter. Und jetzt interessiert mich eure Meinung zu diesen ganzen News, zum gestrigen Spiel, zu allem, was da vorgefallen ist. Ansonsten, wie gesagt, gibt es auch auf Schalke Inside Clips nochmal ein Video von mir, einfach von der Säle geredet, was aktuell so vorgeht für einen Schalke Fan. Und dann sehen wir uns auch hier natürlich auf Schalke Inside im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.